Hallo, schön dich wieder zu sehen. In diesem Video tauchen wir wieder gemeinsam in die Welt der Dreiecke ein. Du möchtest ein Dreieck selbstständig beschriften und dich an ein paar Rechenaufgaben bezüglich Winkelsumme in einem Dreieck versuchen? Dann bist du hier genau richtig. Kannst du dich nicht mehr an die Inhalte des ersten Videos erinnern? Dann möchte ich dir nahelegen, dass du dir das Intro-Video nochmal ansiehst und anschließend wieder zurückkommst. Damit du die Aufgaben in diesem Video bearbeiten kannst, benötigst du ein Geodreieck, ein paar Blätter Papier und einen Bleistift. Bitte lege dir diese Sachen zurecht. Starten wir zum Aufwärmen mit der Beschriftung eines Dreiecks. Ich habe dir eine Aufgabe aufgeschrieben und du versuchst, sich selbstständig zu lösen. Vervollständige die Beschriftung des abgebildeten Dreiecks. Zeichne dafür das Dreieck so ähnlich wie meines mit einem Lineal ab. Pausiere das Video und versuche dich selbst. Ich blende dir anschließend die Lösung ein. Gut, vergleiche nun deine Lösung mit meiner. Alles richtig? Super! Ansonsten drücke wieder auf Pause und korrigiere, was bei dir anders ausschaut. Starten wir gleich einen nächsten Versuch. Vervollständige die Beschriftung des abgebildeten Dreiecks. Zeichne dafür das Dreieck so ähnlich wie meines mit einem Lineal ab. Pausiere das Video und vervollständige die Beschriftung des Dreiecks. Ich blende dir anschließend die Lösung ein. Hervorragend! Vergleiche nun deine Lösung mit meiner. Konntest du das Dreieck richtig beschriften? Das freut mich. Ansonsten drücke wieder auf Pause und korrigiere, was bei dir anders ausschaut. Jetzt hast du eine besondere Rolle. Wir schauen uns das Wichtigste zur Beschriftung von Dreiecken mit einem Quiz an. Beantworte dazu die folgenden Aussagen. Kreuze an, ob richtig oder falsch. Pausiere das Video und kreuze die richtigen Aussagen an. Vergleiche deine Antwort mit der Lösung. Drücke dafür auf Pause und korrigiere deine Kreuze, falls notwendig. Peter ist beim Beschriften eines Dreiecks ein Fehler unterlaufen. Kannst du seine Beschriftungsfehler finden? Korrigiere sie, indem du das Dreieck so ähnlich wie möglich abzeichnest und richtig beschriftest. Pausiere das Video und korrigiere die Beschriftungen. Ich blende dir anschließend die Lösung ein. Super! Vergleiche nun deine Lösung mit meinen. Konntest du die Beschriftungsfehler erkennen? Drücke wieder auf Pause und korrigiere, was bei dir anders ausschaut. Gehen wir als nächstes zu der Winkelsumme in einem Dreieck. Wir haben im Intro-Video schon etwas Besonderes über die Winkelsumme gehört. Was war das doch gleich? Ganz richtig! Alle drei Winkel in einem Dreieck ergeben zusammengerechnet genau 180 Grad. Was man mit der Winkelsumme alles machen kann, erfährst du in der folgenden Aufgabe. Ein Dreieck hat die Winkel Beta gleich 60 Grad und Gamma gleich 80 Grad. Berechne den fehlenden Winkel Alpha. Pausiere das Video und versuche dich selbst. Benötigst du einen Tipp, dann spiele das Video weiter ab und ich blende dir einen Hinweis ein. Achtung! Ich blende dir nun den Hinweis ein. Schreibe dir die Gleichung Alpha plus Beta plus Gamma ist gleich 180 Grad auf und setze für Beta und Gamma die Werte ein. Versuche nun die Aufgabe, fertig zu lösen. Hast du den fehlenden Winkel berechnet? Super! Vergleiche nun deine Lösung mit meiner. Hat bei dir der Winkel Alpha auch 40 Grad? Hervorragend! Wenn nicht, drücke wieder auf Pause und schau dir den Lösungsweg etwas genauer an, damit du gleich bei der nächsten Aufgabe erneut den Können unter Beweis stellen kannst. Ein Dreieck hat die Winkel Alpha gleich 100 Grad und Gamma gleich 30 Grad. Berechne den fehlenden Winkel Beta. Pausiere das Video und versuche dich selbst. Ich blende dir anschließend die Lösung ein. Hat bei dir der Winkel Beta auch 50 Grad? Wenn nicht, drücke wieder auf Pause und schau dir den Lösungsweg an. Geschafft! Mit diesen Aufgaben hast du die Grundlagen von Dreiecken schon gut geübt. Möchtest du dich auch noch bei schwierigeren Aufgaben behaupten? Dann starte das Video Mastery 1. Das Dreieck und seine Eigenschaften. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!